Es ist eine Zeitreise in die automobile Vergangenheit. Egal ob Luxuslimousine oder Sportflitzer, hier im Automuseum Melle gibt's ordentlich was zu gucken. Museumsleiter Hainer Rössler liebt Autos, diesen Kleinwagen aus den 30ern-Macker, ganz besonders. DKW war damals die zweitgrößte deutsche Autofirma, die erste, die Frontantrieb in Serie baute. Das ist ein besonderes Modell mit Schwiegermuttersitz. Das zeigt so ein bisschen die Zeit. Niemand konnte sich ein Auto leisten. Man nahm aber gerne Gelder von Eltern und Schwiegereltern mit dazu. Die hatten normalerweise keinen Führerschein und dachten, sie könnten immer transportiert werden. Damit das nicht zu einfach gemacht wurde, nahm man einen solchen Sitz, wo man im Freien im Regen saß. Seit 1997 gibt es das Museum hier in den Räumen einer alten Möbelfabrik. Alles läuft ehrenamtlich. Gemeinsam mit seinem Kollegen Wolfgang Hoff sorgt Hainer Rössler dafür, dass immer wieder neue, pardon, alte Autos hier zu sehen sind. Die Fahrzeuge, die Sie hier sehen, sind alle fahrbereit. Wir legen Wert darauf, dass die Eigner, die uns die Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die Fahrzeuge auch wieder abholen. Wir erwarten nach sechs, sieben Monaten ungefähr, dass der Eigner sein Fahrzeug holt, sodass wir immer wechselnde Ausstellungen haben. Mit anderen Worten, wenn man nach einem Jahr wiederkommt, sieht man andere Fahrzeuge. Wie zum Beispiel diese kuriose Kiste, die seit ein paar Wochen im Museum steht. Das ist ein Zündabianus, der also in den 60er Jahren gebaut worden ist. Und die Idee war von Zündab, dass man ein Auto baut, das wie ein Kombi genutzt werden kann. Das heißt, alle vier Leute passen hier rein und die, die hinten sitzen, gucken auch hinten raus. Drei Etagen, 300 Autos und ganz viel Nostalgie. Die Automobile-Zeitgeschichte sozusagen. Das Museum finanziert sich durch Gesellschafter, die zum Teil ihre privaten Autos hier ausstellen. Und da sind einige Schätzchen dabei. Mit den geplanten Autobahnen kamen Stromlinienfahrzeuge als die Autos der Zukunft ins Gespräch. Und dort war Pionier, die tschechoslowakische Firma Tata. Nicht ohne Grund sieht der Käfer ähnlich aus, weil der nach gleichen Gesichtspunkten gebaut worden ist. Stromlinienform, Heckmotor, Luftgekühlt. Im nächsten Jahr sollen die Ausstellungsräume erweitert werden. Die Stadt Mele will die Mehrheit am Automuseum übernehmen. Die Fläche vergrößert sich um 50 Prozent. Dann müssen die schicken Flitzer nicht mehr so dicht nebeneinander parken. Mehr Platz auch für dieses Schätzchen. Das ist der Röhr. Röhr, da werden wir wirklich beneidet von vielen Autokennern. Röhr ist die erste Automarke, die in Serie Allradfederung, Einzelradaufhängung gehabt hat. War damals für die schlechten Straßen unglaublich wichtig. Berühmter Liebhaber von Röhr war Heinz Rühmann, der solange es Röhr gab, immer Röhr fuhr. Im Nachkriegsdeutschland war die Autobegeisterung übrigens viel größer als heutzutage. Deshalb sahen Kinderwagen damals auch wie kleine Autos aus. Aber egal ob groß oder klein, hier im Automuseum Mele gibt's eben alles.